So, so ein Sternmotor ist mal sehr dursig, der braucht zum Anfang das sogenannte Prime. Erstmal so ein bisschen gemischt in den Zylindern verteilen. Im Original haben die eine Handpumpe dabei und die blitzen dann immer und die mit Bewegung ordentlich was in den Checkerhase rein. So, hier geht das elektronisch, hier muss man das alles auf der Hand gemacht. So, hier geht es also. So, hier geht es auch nicht. So, hier geht es auch noch. Aber es ist auch jetzt auch immer so, wenn man die Musiker in die Pläne kommt. So, hier kommen die Musiker in die Stadt und die Musiker in die Stadt und die Musiker in der Markt. Oh, oh, oh! Hier hintergucken, da kannst du die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Die Benzile nochmal so richtig schön in den Gruppen machen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.